Hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge der zweiten Staffel von MeDeeperEngineers hier auf MeDeeperEngineers hier auf MeDeeperEngineers.de. Ich begrüße euch wie immer zusammen mit dem Heiko. Hallo. So wir sind am Arbeiten hier und versuchen hier ein halbwegs vernünftiges Boot zu bauen. Ich wollte gucken, ob ich das irgendwie abschalten kann. Die Optik, das geht mir echt auf den Keks. Kann ich das bei den Optionen irgendwo abschalten? Bei Anzeige oder so? Bei Anzeige ist ja kaum was drin. Also erstmal da schon mal nein. Bei Spiel vielleicht. Interaktive Hinweise anzeigen. Text only. Tutorial never start. Okay. Fadenkreuz anzeigen. Komprimierte Spielstände. Zeigt Spielernamen. Was ist denn das hier? Hat das wirklich mit Discord zu tun oder kann man Discord auch anders? Kann auch anders sein. Hier ist nämlich Enable Discord Reach Präsenz. Einfach mal ein Häkchen raus. Mal gucken. Ist das was ändert? Nein. Hat damit also offensichtlich nichts zu tun. Leute wenn ihr wisst wie man das abschaltet, dann würde ich mich sehr darüber freuen. Grafik? Aber Grafik kann das nicht sein. Bei den anderen wüsste ich jetzt nicht wo das sein soll. Ist nämlich ein bisschen nervig diese Wand hier zwischen. Ja. Wir haben schon ein paar Bahnen hier irgendwo. Ja. Ich muss eh mal Speppi ausrüsten. Er hat nur ne Keule. Na komm her du. Dann. Auf unser Tor einzuschlagen du. Penner. Du bist zu spät Heiko. Ja ich weiß. Oh Essen hat das auch dabei. Wo ist die Keule? Ach da ist die Keule. Mich interessiert nur die Waffe. Oh ich hoffe das Tor bricht jetzt nicht ein mit dem Typ dazwischen. Ja. Letztes Mal auch schon eingebrochen. Damals. Ich mach das so. Ich nehm den. Ich schraub hier auf eins. Kannst du den so rennen. Gib mir mal einen vollen Balken. Aber die Frage wie lang macht das Boot jetzt erstmal ne? Ja. Nicht zu groß erstmal auf jeden Fall. Ja. Muss ja auch noch was aussehen ne? Ja. Ich überlege halt auch den Boden teilweise durch Planken zu machen. Wird er Material sparen vor allem. auch weil du ja Planken für weniger Material brauchst als Balken. Mhm. Man würde das Boot auch leichter machen. Ja aber ich krieg keine schrägigen Planken. Ne aber einige Sachen kann man ja aus Planken machen. Nicht alles. Aber einiges. Ich guck mal wie das dann aussieht wenn ich ein bisschen mit Planken arbeite. Mal den Außenrahmen würde ich schon so lassen. Ne? Mhm. Aber nur so ein bisschen alles was so im Inneren mehr ist. Ja gut das kriegt man wohl hin immer dabei. Naja also was heißt Außenrahmen. Aber so dass man halt ähm. So ich zieh das Gerüst zieh ich jetzt mal bis zu einem Block hoch. Dass ich oben nur einen Block hab. Mal gucken wie das dann aussieht. Mal gucken wie breit das Ding dann ist. Okay. Ich möchte jetzt erstmal ehrlich gesagt mal wissen wie breit das Ding dann ist. Ähm. Ich hätte glaube ich zwischen die beiden einfach nochmal einen Balken gesetzt. Zur Stabilisierung. Statt mit diese Winkel. Diese kleinen. Ja ich muss erstmal. Ja mach. Mach Heiko mach. Lass dich von mich nicht. Erstmal noch ein Prototyp. Du baust deins so wie du willst. Ich baue Mainz so wie ich. Ja. Genau. Ich sag ja nur wie ich's gemacht hätte. Ich sag ja nicht dass du das so machen sollst. Ja. Ich schreib dir nicht vor wie du dein Boot zu bauen hast. Hm. Ja. Kann ich nicht und will ich nicht. Erstmal weil ich selber noch rum experimentiere und. Wer weiß vielleicht ist deins nachher die bessere Lösung als meins. Kann ja sein. Keine Ahnung. Wir werden uns sehen. Also. Du weißt dass wir das jetzt nur hier oben bauen. Aber guck mal. Wir können das jetzt hier oben bauen Heiko. Und nachbauen. Und Blueprint. Wir können ein Blueprint davon machen. Und unten einfach als Blueprint bauen. Ja. Ja. So nur mal kurz Heiko. Komm mal bitte. Ja. Weiterhin. Hm. Ein optisch gibt's da nämlich keinen großen Unterschied. Es ist dann nur leichter dadurch ein bisschen. Ja. Genau. So. Ja. Ich komm eben. Ja. Fällt dir ein Unterschied auf? Was meinst du? Äh. Offensichtlich nicht. Balken hier oder was? Ich hab hier unten. Der Boden sind Balken. Ja. Also Planken. Entschuldigung. Sind Planken. Oh. Also. Vier. Die mittleren zwei sind noch Balken. Ja. Und die äußeren beiden sind auch Balken. Nur die jeweils vier rechts und vier links sind bereits Planken. Oh. Okay. Äh. Geht doch genauso gut. Mach dir erstmal keinen Unterschied. Und ist auf jeden Fall leichter dann. Ja. Ja. Das geht aber auch nur wenn du's so brauchst wie du ne. Wenn du's so machst wie ich dann geht's dir auch um nicht. Dann geht's nicht nein. Ja. Ja. Ähm. Okay. Du hast dich jetzt mal es nach. Ja. Und das ging. Ja. Ich dachte. Na ja. Ich dachte. Ich dachte. Ich dachte. Ich dachte. Ich dachte. Ja. es ist schon ein block breit auf jeden fall schön wenn wir jetzt noch tag hätten aber irgendwie hat ja fackelstein auch was ja hat auf jeden fall was ja klar ich bin gespannt wie ausbalanciert das dann ist am ende unsere beiden das sehen wir erst im wasser das sehen wir erst im wasser jetzt noch mal eine schicht obendrauf fernfeld es heißt fischerboot bauen jetzt ja du denkst gleich wieder an den praktischen teilen ich will das mal nur zum schwimmen kriegen ordentlich mehr mache ich auch nicht naja du denkst gleich daran was du damit machen willst ich noch nicht ich bin froh wenn das Ding dann erstmal ordentlich schwimmt glaub ich ja falsch arbeiten wasdem was ich auf beiden seiten genau dich erzählende ja also was zeigt Premiser fern ja Ja. Ah. Okay. Sag, ich weiß nicht, wie tief das hier einsinkt später. Ich habe keine Ahnung. Kann ich ganz sehen. Ja. Jetzt muss ich mir glaube ich ein Gerüst aufstellen. Ja, deswegen. Das muss man echt gucken, dass man da immer noch mal rankommt überhaupt. Wo habe ich denn jetzt die Rampen? Ach gut, nehmen wir Schrägerholztreier, genau. Ich versuche jetzt wirklich auch ein bisschen mehr noch mit Planken zu arbeiten. Okay. Ist allerdings auch nicht so schön. Leicht ist teilweise das zu kombinieren alles, weißt du? Ja. Warst du das gerade? Ja. Ich dachte schon, hier pügelt schon wieder einer auf unser Ding ein. Nee. Ausgeschlossen wird ja nicht, das stimmt. Ja. Ich finde es vor allem schön, dass es jetzt so passt, dass es oben genau bündelig ist, ne? Also ihr seht, wir versuchen uns hier dran, wie es geht. Aber hey, guck mal, ich lenk dich die ganze Zeit ab von deinem da, aber ich komme auch mal rüber zu dir, warte, ich komme jetzt mal zu dir gucken. Ich komme jetzt erst mal zu dir gucken. Das ist auf jeden Fall auch interessant. Ja. Ist auch die Frage, was nachher besser am Wasser liegt. Ja. Ob das wirklich mit dem Plattenboden unten besser ist oder mit dem Boden. Guck mal bei mir nochmal jetzt. Ich habe jetzt die Seitenwände teilweise auch schon gegen Planken ausgeklauscht. So ein Stückchen. Ja. Du musst mit Schwung raufspringen. Ja. Ja. Ich habe jetzt unten auch ein bisschen die Ecken noch zugearbeitet, da unten mit dem Winkel die Ecken nicht so zu sehen sind. Ja. Mit Querplanken nochmal. Ja. Kann man auch viel besser machen. Sieht aber nicht schon mal nicht schlecht aus fürs Erste, ne? Mhm. Ja. Also wenn man vor allem jetzt so auf der Spitze steht und mal so nach hinten guckt, sage ich mal, ja, dann kann man wirklich schon so ein Bootsgefühl bekommen, wenn man auf der Spitze steht von einem Boot. Mhm. Hast du eine Rampe gebaut? Ja. Hast du keine Treppe genommen? Ähm, weil... Coole Frage. Weil die Rampe, aber die geht lieber zwei Blöcke Länge, deswegen. Hm. Ähm. So. Und ich gehe jetzt schon in die Länge, Heiko, erst mal so ein bisschen, ne? Na, ich würde erst mal bis ein Block hoch haben, vorne an der Spitze, ne? Okay. Ich kann den kompletten Rumpf haben. Ja, ich überlege immer noch, ob ich jetzt mit diesen Dingern hier arbeiten soll oder nicht. Mit welchen Dingern? Mit diesen. Was ist das? Das ist direkt eine Plank Wall. Okay. Aber warum eigentlich nicht, ne? Ja, es passt halt nicht ganz so gut zur Optik, ne? Ja, es passt zur Optik nicht. Das ist halt eine dünne Holzwand, ne? Ja. Eine lange halt. Ich glaube, ich nutze den eher so für, falls ich ein Deck halt oben, für die Deckebene. Weil ich meinte auch, die ist ja auch nicht ganz, ähm, die sieht auch nicht so sehr dicht aus. Ja. Weil die kann man eher so für den Fußboden benutzen oder so, ja, aber... Nicht so für, äh, Außenbinden. Also ich zumindest nicht. Mhm. Würde allerdings weniger Material bedeuten wieder auch, ne? Ja. Das stimmt schon. Also meine, ich hätte mindestens schon zwei Blöcke breit. Okay. Wie breit ist eins? Definiere zwei Blöcke breit. Jetzt zeig ich volle. Wie breit bist du denn? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, nein, zehn, elf. Ja, etwas über einen, ja. Na, ich habe eine Gesamtbreite, glaube ich, von zwölf oder zehn. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, nein, zehn, elf, zwölf habe ich. Okay, ja, meine wird im Endeffekt noch 13 breit. Okay, ich habe jetzt zwölf hier. Ja, ich wollte hier auch noch einen Plankenboden reinpacken. Na ja, warum nicht? Gucken wir mal, was denn hier schick wird und was nicht. Ihr könnt das gerne, äh, eure Impressionen, weil es irgendwelche Ideen, Vorsteg gehabt, wie wir das besser machen können oder schlechter machen können oder wie wir es gar nicht machen sollten oder was wir auf jeden Fall machen sollten, ähm, könnt ihr gerne hier, ähm, uns runterschreiben und kleine Tipps geben, Vorschläge machen. Könnt ihr uns auch gerne schreiben, was euch besser gefällt, Heikos Vorschlag, äh, zum Bau des Rumpfes oder mein Vorschlag, ähm, ist jetzt natürlich, wir nehmen es jetzt euch nicht persönlich, ja, also Heike würde euch nicht den Kopf abreißen, wenn ihr seins Scheiße findet, aber ich werde euch nicht den Kopf abreißen, wenn ihr meins Scheiße findet. Nein, Quatsch. Natürlich, nein, natürlich nicht. Ähm, macht, wie ihr es möchtet, ne, also ihr könnt es gerne mal, ähm, beurteilen. Deswegen zeige ich heute in dem Thumbnail mal, äh, deinen Rumpf. Nein, ich hab, ich hab genau einen Diagonalen Balken. Trotzdem gibt es erstmal ein Foto davon. So, warte, komm, Chris, ein. Ja, ne, hab ich dort noch ein paar? Ja, ich hab noch ein paar. Äh, erstmal aufsplitten. Ne, falsche Taste. Steuerung muss ich aufsplitten. So, Steuerung, einen. So, hier hast du einen. Oh, ins Boot gefallen. Oh, danke. Wo es hingehört, ins Boot. Gut, die Folge ist zu Ende, deswegen sehen wir uns morgen zur nächsten wieder. Wir würden uns sehr freuen und verabschieden uns zu sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Tschüss. Vielen Dank.